Nein, aber ich sehe Makita-Velo, das seht ihr jetzt auch gerade, Härtetest. Lumpf! Was haben wir hier wieder? Die Feuerstuhl von Makita. Du kannst sie ideal verstauen, transportieren. Es ist die perfekte Ergänzung für das 18 Volt Makita-Programm. Hinten den Akku der Bohrmaschine, reinlegen und losfahren. Was machen wir mit denen? Es könnte natürlich sein, dass hier die Anina etwas drauf hat für uns. Hallo meine Lieben, also heute habe ich mir überlegt, was ihr als Härtetest macht. Und zwar ist das nicht nur ein Härtetest für das Makita-Velo mit dem Hilfsmotor, sondern auch für euch. Ihr macht nämlich ein Rennen. Ihr geht querfeld ein und der, der als erstes über die Ziellinie kommt, bekommt ein wunderbares Picknick. Und wenn es nicht mehr geht, Hilfsmotor anstellen. 3, 2, 1, wieder! 3, 2, 1,已经 sitzen. 4, 2, 1, wieder. 10, 2, 1, nuevo Wolfen. 9, 3, 2, 1, wieder. 10, 2, 1, schon, 6, 3, 2, 1, wieder! 10 Schau, 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 schau. Schau, 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 schau. Schau, schau, schau. Schau, schau, schau. Schau, schau. Schau, schau. Ja, jetzt musst du aber Gas geben. Schau, schau. Schau, schau. Schau, schau, schau. Ah, Alter. Willkommen sicher, Mensch. Gratulieren. Schöne Hinnach. Hey, Dicker, aber von dem gibst du mir sicher auch etwas nicht. He? Dann ist hier. Okay. 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 Okay.